Aus der Lutherbibel von 1880, das Evangelium nach Markus. Dies ist der Anfang des Evangelii von Jesu Christo, dem Sohne Gottes, als geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der da bereitet deinen Weg vor dir. Johannes, der war in der Wüste, taufte und predigte von der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und die von Jerusalem und ließen sich alle von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber war bekleidet mit Kamelshaaren und mit einem ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig, und predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker denn ich, dem ich nicht genugsam bin, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe auflöse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geiste taufen. Und es begab sich zu derselben Zeit, dass Jesus aus Galiläa von Nazareth kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und als bald stieg er aus dem Wasser und sah, dass sich der Himmel auftat, und den Geist gleich wie eine Taube herabkomm auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus in Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubet an das Evangelium. Da er aber an dem galiläischen Meer ging, sah er Simon und Andreas, seinen Bruder, dass sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also bald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und da er von dannen ein wenig Führbars ging, sah er Jakobom, den Sohn Zebede, und Johannem, seinen Bruder, dass sie die Netze im Schiff fliegten, und bald rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäum im Schiff mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Und sie gingen gen Kapernaum, und bald an den Sabbaten ging er in die Schule und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte gewalttäglich und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Schule ein Mensch, besessen mit einem unsauberen Geist, der schrie und sprach, Halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesu von Nazareth? Du bist gekommen und zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unsaubere Geist riß ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, also, dass sie untereinander sich befragten und sprachen, Was ist das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Gewalt den unsauberen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und sein Gerücht erscholl bald umher in die Grenze Galiläa, und sie gingen bald aus der Schule und kamen in das Haus Simonis und Andreas mit Jakobo und Johanne. Und die Schwieger Simonis lag und hatte das Fieber, und also bald sagten sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr und richtete sie auf und hielt sie bei der Hand, und das Fieber verließ sie bald, und sie diente ihnen. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm allerlei Kranke und Besessene, und die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür, und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Seuchen beladen waren, und trieb viele Teufel aus und ließ die Teufel nicht reden, denn sie kannten ihn. Und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und Jesus ging in eine Wüstestätte und betete da selbst. Und Petrus mit denen, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, »Jeder Mann such dich!« Und er sprach zu ihnen, »Lasst uns in die nächsten Städte gehen, dass ich da selbst auch predige, denn dazu bin ich gekommen.« Und er predigte in ihren Schulen in ganz Galiläa und trieb die Teufel aus. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete vor ihm und sprach zu ihm, »Willst du, so kannst du mich wohl reinigen!« Und es jammerte Jesum und reckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, »Ich will es tun, sei gereinigt!« Und als er so sprach, ging der Aussatz alsobald von ihm, und er ward rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsobald von sich und sprach zu ihm, »Sieh zu, dass du niemandem nichts sagst, sondern geh hin und zeig dich dem Priester. Und opfere für deine Reinigung, was Moses geboten hat, zum Zeugnis über sie.« Er aber, da er hinauskam, hob er an und sagte viel davon und machte die Geschichte ruchtbar. Also, dass er hinfort nicht mehr konnte öffentlich in die Stadt gehen, sondern er war draußen in den Wüstenörtern, und sie kamen zu ihm von allen Enden. Und über etliche Tage ging er wiederum gen Kapernaum, und es ward ruchtbar, dass er im Hause war. Und alsobald versammelten sich viele, also, dass sie nicht Raum hatten, auch draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen, von Vieren getragen. Und da sie nicht konnten bei ihnen kommen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und gruben es auf und ließen das Bette hernieder, da der Gichtbrüchige innen lag. Da aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!« Es waren aber etliche Schriftgelehrte, die saßen allda und gedachten in ihren Herzen, »Wie redet dieser solche Gotteslästerung? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott?« Und Jesus erkannte bald in seinem Geist, dass sie also gedachten bei sich selbst, und sprach zu ihnen, »Was gedenket ihr solches in euren Herzen? Welches ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf, nimm dein Bett und wandle?« Auf das ihr aber wisset, dass des Menschensohn Macht habe, zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, »Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim!« Und also bald stand er auf, nahm sein Bett und ging hinaus vor allen, also dass sich alle entsetzten, und priesen Gott und sprachen, »Wir haben solches noch nie gesehen!« Und er ging wiederum hinaus an das Meer, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrete sie. Und da Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Ephäi, am Zoll sitzen, und sprach zu ihm, »Folge mir nach!« Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, da er zu Tische saß in seinem Hause, setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern, denn ihrer waren viele, die ihm nachfolgten. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, da sie sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, »Warum isset und trinket er mit den Zöllnern und Sündern?« Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, »Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken.« »Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten.« Und die Jünger Johannes und der Pharisäer fasteten viel, und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, »Warum fasten die Jünger Johannes und der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht?« Und Jesus sprach zu ihnen, »Wie können die Hochzeitsleute fasten, die weil der Bräutigam bei ihnen ist?« »Also lang der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten.« »Niemand pflegt einen Lappen von neuem Tuch an ein altes Kleid, denn der neue Lappen reißt doch vom alten, und der Riß wird ärger, und niemand fasset Most in alte Schläuche, anders zerreißt der Most die Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und die Schläuche kommen um, sondern man soll Most in neue Schläuche fassen.« Und es begab sich, da er wandelte am Sabbat durch die Saat, und seine Jünger fingen an, indem sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, »Sieh zu, was tun deine Jünger am Sabbat, das nicht recht ist?« Und er sprach zu ihnen, »Habt ihr nie gelesen, was David tat, da es ihm Not war und ihn hungerte, samt denen, die bei ihm waren?« »Wie er ging in das Haus Gottes, zur Zeit Abiatas des Hohepriesters, und aß die Schaubrote, die niemand durfte essen, denn die Priester, und er gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, »Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist des Menschensohn ein Heer auch des Sabbats.« Und er ging aber mal in die Schule, und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie hielten auf ihn, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, auf dass sie eine Sache zu ihm hätten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, »Tritt hervor!« Und er sprach zu ihnen, »Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben erhalten oder töten?« Sie aber schwiegen Stille. Und er sah sie umher an mit Zorn, und war betrübt über ihrem verstockten Herzen, und sprach zu dem Menschen, »Strecke deine Hand aus!« Und er streckte sie aus, und die Hand ward ihm gesund wie die andere. Und die Pharisäer gingen hinaus, und hielten also bald ein Rat mit Herodes Dienern über ihn, wie sie ihn umbrächten. Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer, und viel Volks folgte ihm nach aus Galiläa und aus Judäa, und von Jerusalem und aus Idumäa und von jenseits des Jordans und die um Tyrus und Sidon wohnen, eine große Menge, die seine Taten hörten, und kamen zu ihm. Und er sprach zu seinen Jüngern, dass sie ihm ein Schifflein hielten um des Volkes Willen, dass sie ihn nicht drängten. Denn er heilte ihrer viele, also, dass ihn überfielen alle, die geplagt waren, auf das sie ihn anrührten. Und wenn ihn die unsauberen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, »Du bist Gottes Sohn!« Und er bedrohte sie hart, dass sie ihm nicht offenbar machten. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er ordnete die Zwölfe, dass sie bei ihm sein sollten, und dass er sie aussendete, zu predigen, und dass sie Macht hätten, die Seuchen zu heilen und die Teufel auszutreiben. Und gab Simon den Namen Petrus, und Jakobum, den Sohn Zebede, und Johannem, dem Bruder Jakobi, und gab ihm den Namen Bnehagem, das ist gesagt, Donnerskinder. Und sie kamen zu Hause, und da kam abermal das Volk zusammen, also, dass sie nicht Raum hatten zu essen, und da es höreten, die um ihn waren, ging sie hinaus und wollten ihn halten, denn sie sprachen, »Er wird von Sinnen kommen!« Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, »Er hat den Belzebub, und durch den obersten der Teufel treibt er die Teufel aus!« Und er rief sie zusammen und sprach zu ihnen in Gleichnissen, »Wie kann ein Satan den anderen austreiben?« »Wenn ein Reich mit sich selbst untereinander uneins wird, mag es nicht bestehen, und wenn ein Haus mit sich selbst untereinander uneins wird, mag es nicht bestehen. Setzt sich nun der Satan wieder sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Es kann niemand einem Starken in sein Haus fallen und sein Hausrat rauben, es sei denn, dass er zuvor den Starken binde und alsdann sein Haus beraube. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden vergeben den Menschenkindern, auch die Gotteslästerung, damit sie Gott lästern. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts. Denn sie sagten, »Er hat einen unsauberen Geist!« Und es kam seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, »Siehe, deine Mutter und deine Brüder draußen fragen nach dir!« Und er antwortete ihnen und sprach, »Wer ist meine Mutter und meine Brüder?« Und er sah ringsum sich auf die Jünger, die um ihn im Kreise saßen, und sprach, »Siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder!« »Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter!« Die Wahrheit macht frei. Dann kostenfrei auf fiebelzeit.de »Fiebelzeit.de« »Fiebelzeit.de«